Danke, dass Sie mit Ranger 2.1 fliegen. Ich bin heute Ihr Flugbegleiter. Deshalb steige ich als Erster ein und das Erster aus. Wir servieren eine Auswahl der Liesner 5.56er. An die Arbeit. Auf Rutschein! Los, los, los! Begut, los, los! Adam, Adam, hierher! Was haben Sie? Was haben Sie? Ja, ich habe keine Ziele. Sind Sie alles klar? Bargraf, Goldsäcker 1. Kunden sind vor Ort. Ich will drei Teams. 30 Meter Abstand. Unser Ziel ist Kampffposition Jinjak. Passt auf, wen ihr tötet. Wir schießen ausschließlich auf Koppertanten. Pua! Was zum Teufel? Kampffi, Team! Adam, hier lang! Kommen Sie! Ich habe ihn! Los, los! Petrus, Sie haben es geschafft! Die Taliban machen uns zu schaffen. Ziemlich scheiße gelaufen. Sie wollten an die Front. Hier ist sie. Sie sind sie. Sie sind zweites! Schrauben sie auf. Oh, oh, oh. Zappen! Hoch links! Horizont! Zappen! Warte! Filtern! Haben die Zappen? Das sind Talibans. Das sind Eindeutig identifiziert. Talibans? Woher wollen sie das wissen? Sie schwingen sich! Scheiße! Aufstehen! Los! 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 Aufstehen! Aufstehen! Ich bin nicht zu weit! Los! 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 Verdammt! Los! 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 Langsam! Da oben links sind Gizzis!